Woldbehn schreibt in seinem Buch die großen Weisagungen über die Zukunft der Menschheit folgendes. Zitat In der hinduistischen Lehre hat die heutige Zeit den Namen Kali-Yuga, das dunkle Zeitalter, das zu einem großen Equinoctialzyklus namens Manvantara gehört. Dieser Zyklus dauert insgesamt 25.920 Jahre. 50 Jahre in beide Richtungen können abweichen. Das sind die Erdenjahre, welche die Sonne braucht, um wieder an die Stelle zurückzukehren, wo sie sich zur Frühlingsgleiche befindet. Der Zyklus besteht aus vier Phasen. Devapara-Yuga, Tetra-Yuga, Satya-Yuga und Kali-Yuga. Sie sind wie die Jahreszeiten eines großen kosmischen Jahres. Das Leben des gesamten Universums verläuft wie das des Individuums in wechselnden, wiederkehrenden Zyklen, in einer geordneten Progression, nach einem göttlichen Plan und durch Gesetze bestimmt. Während dieser Zeitabschnitte vollziehen sich auf unserem Planeten grandiose Phänomene wie die Dislokation der Pole und das darauf folgende Schmelzen der Eismassen sowie das Untergehen und Auftauchen des festen Landes mit der natürlichen Verschiebung klimatischer Zonen und dem Entstehen und Vergehen verschiedener Rassen und Kulturen. Die uralten Überlieferungen des Hinduismus sind durch die kaldäische, die hebräische, die ägyptische und die griechische Kultur ins Abendland gelangt. So schreibt Hesuit von den vier Phasen. Die erste Phase ist das goldene Zeitalter, die zweite das silberne, die dritte das kupferne und die vierte das eherne. Das entspricht der orientalischen Einteilung. Was die Dauer betrifft, so sind die vier Yuga des Manvantara obschon alle durch 25.920 teilbar, doch nicht gleich. Wenn wir also für den gesamten Zyklus die zehn annehmen, dann entfallen auf die erste, also die längste Phase vier, auf die zweite drei, auf die dritte zwei und auf die letzte, die kürzeste, eins. Das steht im Einklang mit den anderen Prophezeiungen, die alle von der kurzen Zeitdauer des schlimmsten Zeitalters sprechen, denn die Gewalttätigkeiten wirken unmittelbar in ihrer zerstörerischen Kraft, während die schöpferischen Handlungen das konstruktive, langsame Werden eines dauerhaften Werkes zeigen. Über die Phase, die der gegenwärtigen dunklen Zeit folgen wird, sind sich alle Prophezeiungen einig, denn der Zyklus wird wieder mit einer glücklichen Epoche, einem goldenen Zeitalter, von vorne anfangen. Zitat Ende. Van Helsing schreibt dazu, Aus dieser Sichtweise heraus könnte man das Kali-Yuga mit dem Winter vergleichen, dem der Frühling das goldene Zeitalter folgt. Wir leben heute in der letzten Phase des Kali-Yuga und wechseln nun in das goldene Zeitalter über. Die Prophezeiung, die vom Kali-Yuga handelt, steht im Visna Purana, eines der ältesten heiligen Texte Indiens. Der Leser wird feststellen können, dass diese jahrtausendalte Prophezeiung eine genaue Beschreibung der heutigen Zeit enthält. 1. Die Herrscher, die auf Erden regieren werden, werden gewalttätig sein. Sie werden sich der Güter ihrer Untertanen bemächtigen. 2. Die Kaste der Sklaven und der Kastenlosen wird die Oberhand gewinnen und allen befehlen. Ihr Leben wird kurz sein, unersättlich ihre Gier. 3. Die Besitzenden werden Ackerbau und Handel aufgeben. Sie werden selbst zu Sklaven oder andere Berufe ausüben. Die Herrscher werden unter dem Vorwand von Steuern und Abgaben ihre Untertanen plündern und ausrauben. Und das private Eigentum werden sie vernichten. 4. Die sittliche Gesundheit und das Gesetz werden Tag für Tag abnehmen, bis die Welt ganz verdorben sein und Gottlosigkeit unter den Menschen herrschen wird. 5. Einziger Beweggrund für die Frömmigkeit wird die physische Gesundheit sein. Einziges Band zwischen den Geschlechtern die Leidenschaft. Einziger Weg zum Erfolg die Falschheit. 6. Die Erde wird nur wegen ihrer materiellen Schätze verehrt werden. 7. Die Priestergewänder werden die Priestereigenschaften ersetzen. 8. Eine einfache Waschung wird Reinigung bedeuten. Die Rasse wird unfähig sein, göttliche Geburten hervorzubringen. 9. Die Menschen werden fragen, was sollen wir uns noch an die überlieferten Schriften halten. 10. Die Hochzeiten werden kein Ritual mehr sein. 11. Akte der Frömmigkeit, auch wenn sie noch geübt werden, werden wirkungslos bleiben. 12. Jede Lebensordnung wird unterschiedslos für alle gleich sein. 13. Der Besitzende, der das meiste Geld unter die Leute verteilen wird, wird über die Menschen herrschen, denn das Ziel ihrer Wünsche ist Reichtum, gleich viel, ob rechtmäßig erworben oder nicht. 14. Jedermann wird sich für einen Brahmanen halten. 15. Die Leute werden Angst haben vor Tod und Hungersnot, 15. Und nur deshalb werden sie eine rein äußerliche Religion bewahren. 16. Und zuletzt, die Frauen werden die Wünsche ihrer Männer und ihrer Eltern nicht mehr befolgen. 16. Egoistisch, verworfen, lügnerisch und haltlos werden sie sein und gliederlichen Männern anhangen. 17. Sie werden herabsinken zum Gegenstand sexueller Befriedigung. 17. Van Helsing dazu. 17. Diese Ausführungen sind erschütternd, da sie hundertprozentig auf unsere jetzige Zeit zu übertragen sind. Untertitelung. BR 2018